Höchste Ausbringung und geeignet für klassische Powertrain-Bauteile mit Rundnähten. Die Laserschweißanlage EMAC ELC6. Das Werkstück wird auf der Beladeseite entweder manuell oder wie in den meisten Fällen automatisiert eingebracht. Mit einem NC-Schwenkantrieb wird das Werkstück dann in den Arbeitsraum gebracht. Durch den Schwenkantrieb werden kürzeste Nebenzeiten erreicht. Im Arbeitsraum wird dann nach dem Bewertprinzip rotierendes Werkstück, feststehende Optik, der Schweißprozess ausgeführt. Weitere Prozesse wie Fügen oder Vorwärmen können problemlos in Zug geführt werden. Die Maschine ist kompakt aufgebaut und bietet beste Zugänglichkeit. Das führt zu optimalen Wartungs- und kürzesten Umrückzeiten. In der Maschine wird größtenteils auf Pneumatik und Metronik verzichtet. Dafür kommen Elektroantriebe zu Einsatz. Es bringt Prozessstabilität und die Betriebskostschiebe haben niedrig gehalten. Weiterhin wird durch den Einsatz von effizienten Lasersprachquellen und Strahlführungen eine hohe Wirtschaftlichkeit in der Produktion erreicht.